Servus zusammen, am Montag, am Pfingstmontag wird gehandelt. Ich hätte Stein und Bein geschworen, da sind wir dicht. Aber nö, da wird gehandelt, daraufhin habe ich mir das nochmal angeschaut, über die Börsenfeiertage genauer. Das ist der Montag, da wird gehandelt, von Leichnam wird gehandelt und Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober wird gehandelt. Ja, das ist jetzt natürlich, das wusste ich nicht. Ich hätte beinahe den Film heute gar nicht gemacht, sondern erst morgen, aber dann habe ich nochmal reingeschaut und dann, zack, siehst du da, wird gehandelt. Na toll, ich weiß auch nicht, ob ich das mache. Die Amis sind, soweit ich weiß, zu, da werden nur die Futures gehandelt bis 19 Uhr. Gut, müssen wir schauen. Dann kommt natürlich über NTV und wo auch immer, kommt die Meldung, dass die sich quasi geeinigt hätten, es seien nur noch zwei Kleinigkeiten, aber der Kongress muss zustimmen. Aber ich nehme an, das machen die, ich weiß nicht, ob die es am Wochenende machen können, aber vielleicht Montag, Dienstag spätestens. Also das Ding ist eigentlich für mich vom Tisch, diese Schuldenobergrenze. Jetzt wird es interessant. Die FED hat ihre nächste Sitzung am 14. Juni, das ist Mittwoch. Die EZB am 15. Juni, das ist der Donnerstag, und am 16. Juni ist der große Verfall. Also das werden drei heftige Tage. Davon gehe ich jetzt mal aus. Was die FED mit dieser neuen Schuldenobergrenze macht, weiß ich nicht, aber gut kann es im Prinzip nicht sein. Vielleicht dürfen sie dann nochmal ein bisschen mehr die Zinsen erhöhen, aber so viel sollte es auch nicht mehr sein. Wir werden es sehen. Auf immer das wären, 14., 15., 16. Juni, das kann ziemlich heftig werden. Gut, hier ist der Tageschart. Ich hatte ja vermutet, dass wir hatten dieses Island, oder wir haben immer noch dieses Island Reversal hier oben, dass wir runtergehen bis zu 15.670. Da diese schwarze Linie hier, dieser schwarze Pfeil. Haben wir nicht ganz geschafft. Wenn ich es richtig sehe, waren die Tiefs bei 15.725. Na ja gut, aber einmal die Bänder komplett, wir haben ja fast komplett durchgelaufen. Das heißt, von hier ist momentan, wir sind wieder voll in der Patz-Situation. Wir sind an der 10-Tage-Linie. Die liegt hier bei 16.021 oder 16.020. Wir haben es in der Zwischenzeit von der Technik her hier ein bisschen weiter abgebaut und über den Oszillator natürlich auch. Ich kann momentan nur wirklich die wichtigen Chartpunkte nehmen, aber nochmal, ich gehe davon aus, das sollte nicht schwächer morgen reinkommen. Und da muss man mal schauen, dass die Bedingungen sind, weil dazu hat man jetzt noch gar nichts gelesen, heißt das jetzt, werden Steuern erhoben oder nicht? Das glaube ich mal nicht. Da waren die Republikaner natürlich voll dagegen. Das muss man jetzt erst mal abwarten. Ich weiß nur, sie haben sich so gut wie geeinigt. Die wichtigen Marken sind hier diese 16.336, das All-Time-High. Dann hier diese kleine blaue Linie da drunter, das ist die 16.285. Das ist das ehemalige Doppeltop, was von hier hinten kommt. 10-Tage-Linie finde ich jetzt nicht so spannend. 20-Tage-Linie ist bei 15.949. Und dann haben wir hier unten den Bereich zwischen der 15.670 und dem unteren Band 15.625. Das ist für mich erst mal die Marken. Ich kann mir sehr gut vorstellen, glaube schon, dass wir da irgendwo nochmal hochgehen, vielleicht dieses Gap hier schließen. Das ist das vom 23.05. Das war bei 16.152, wäre nochmal ein Prozent hoch. Das vielleicht, dann wäre auch dieses Island-Reversal hier weg. Das kann ich mir, das ist eigentlich Pflicht, so möchte ich das mal formulieren. Dann kann er drüber noch ein bisschen weiter laufen. Ich weiß nicht, wie die Amis das wirklich aufnehmen werden. Die letzte Woche war ja insbesondere Nvidia und alles, was künstliche Intelligenz heißt, ist ja hochgekommen. So Sachen wie Supermicrocomputer, alles, was da drum herum liegt. Ob das übertrieben ist oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht in der Geschwindigkeit. Im Momentum ist es ein bisschen viel. Wenn er auf einmal aus einem 600 Milliarden oder aus einem 700 Milliarden Dollar Unternehmen ein 900 Milliarden Dollar Unternehmen wird über Nacht. Ja, das ist Börse live. Hätte ich aber auch nicht gedacht, dass das so reinknallt. Also innerhalb eines Tages hätte ich jetzt gedacht, na gut, vielleicht vier, sechs, acht Wochen. Aber nee, über Nacht wird das dann gleich gemacht. Das haut natürlich auch diverse Shorts raus. Da standen bestimmt welche über Nvidia. Also ich finde grundsätzlich, das sieht ja ganz okay aus. Kein Geld, dass wir also wenigstens dieses Gap hier schließen können. 16,152. Das ist für mich die Pflicht. Da muss man mal gucken, was die Kür da macht. Ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt morgen hier mit vier Prozent reinkommen. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das heißt, dieser Bereich hier oben zwischen der 16.082 und 16.336 bleibt auf jeden Fall mein Widerstand. Interessant ist, ich habe es am Freitag gesagt, ich mache weg. Die Börse bewegt sich erst dann, wenn ich weg bin. Und dann machen wir hier mal den 15-Minuten-Chart rein. Und ich habe geschrieben, ich gehe um 12 Uhr. Und wann ist er gestiegen? 12 Uhr. Das ist so frustrierend, wirklich. Das macht echt keinen Spaß. Ich saß da im Auto auf dem Weg nach Frankfurt hoch und das Ding geht hoch und hoch und hoch. Und das war schon, das war schon heftig. Na gut, zurück zum Tag. Aber vielmehr habe ich dazu momentan gar nichts zu sagen. Ich glaube, dass wir das hier ein bisschen ausfüllen werden, dass wir ein bisschen weitergehen werden. Ich bezweifle immer noch, dass wir das All-Time-High hier weiter ausbauen. Das ist ja echt nicht viel hier. Ich habe von den Scheinen, ich habe sie lediglich angepasst, vom Hebel her und von der, das ist falsch hier, das ist 15.227 war das, glaube ich. Ja, 227. Also da habe ich eine Zahl zu viel drin. Es sind die gleichen Scheine wie am Mittwoch. Deswegen nenne ich jetzt hier gar keine Erkennung an. Ich konzentriere mich auf diese beiden hier. Ich möchte jetzt wissen, was die da machen morgen. Ich gehe davon aus, es geht hoch. Ich glaube auch, dass die Amis ein bisschen hoch gehen. Aber nach wie vor bin ich jetzt nicht der Meinung, dass hier ein Nennenswert ist, dass wir 16.500 oder 16.600 Neues hoch machen. Ich halte mich dann da eher mal zurück und schaue mir mal an, was überhaupt die Bedingungen sind. Der zweite Satz ist immer wichtig. So, und damit wünsche ich euch noch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.